Das Buffet ist der Frieden! Kennen Sie, erinnert mich an etwas, das Wasser sich erbezelt, ihre Schönheit, ihre Klubheit, wie sie schlicht und wie sie schreit. Ozeane von Detlef Glanert ist große, grandiose, packende Oper, wo man das Gefühl hat, in 2019, alles ist noch nicht gesagt in der Oper. Wir freuen uns riesig, das hier spielen zu dürfen. access zu lassen. Wir freuen uns, bis zum Leben, wir, wir die Welt, wir, wir, das Narrator, wir, 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 weinen, Untertitelung des ZDF, 2020